Was geht ab Leute, hauen wir? Beziehungsweise, was geht ab Ewanjo, hauen wir? Mit meinen Freunden Tati und Bages und noch dem vierten Kollegen Chong. Wir haben gerade Tiefkühldöner von AZ getestet, war echt nicht schlecht, denn wir kennen uns auch mit Dönern aus, so wie du. Also, falls du irgendwann mal wieder was mit Dönern machst, wir sind am Start. Oder du guckst nach München, wir zeigen dir den besten Döner Münchens. Dafür sind wir bekannt. Ja, heute machen wir deine Challenge, haben wir gestern zufällig mitbekommen oder heute Morgen. Haben wir gesagt, ja okay, wir wollten die E-Testen. Mach mal direkt, aber 44 Sekunden müssen wir schlagen, um dich zu schlagen. Das ist schon eine Ansage. Und dann hat es einer von den Zuschauern bereits mit 38 Sekunden geschafft. Also, ja, schauen wir mal. Wir sind nicht so begeistert. Nicht so. Also, scharfe Sachen liegen uns echt nicht, Mann, ja. Ja, Menge bei Tati. Jumbo ist Nummer 1. Leer. Komm. Oh mein Gott. Oh, dann Nummer 2. Leer. Komplett leer. Nummer 3. Leer. Leer. Nummer 4. Unglaublich. Nummer 4. 5, oder? Oh mein Gott. 90% Leute. Es sind nur noch 5 mal ein Viertel. Nummer 5. Zeig rein. Ja, genau. Zeig. Oh mein Gott. 92%. Nummer 6, oder? Oh mein Gott. Nummer 7. Geh weg damit. Was sagte? Oh mein Gott. Leute. Unglaublich. Neun. Oh mein Gott. Leute. Schau mal wie perfekt. Voll wie leer. Es ist nicht... Nicht ein bisschen noch was? Nicht mal ein bisschen. Leergeleck. Komplett. Oh mein Gott. Ich will echt krass und echt Respekt haben. Ja, Menge wäre echt krass. Menge wäre echt krass. Menge und eigentlich auch so Genuss. Ja. Wir probieren alles. Schnelligkeit ist schwierig. Ja, Mann. Machst du Dinge, oder? Nicht, dass es dann heiß oder gar nichts. Wir haben eh den Stream nebenbei noch noch mal. Ja, ja. Also wir streamen das Ganze auch immer. Falls du Beweise brauchst, Ivanjo. Aber hier. Auch für dich noch mal ein Video. Wird gekocht. 1.5 Minuten. Also ich hoffe abkühlen ist erlaubt. Weil es wird nicht sofort gegessen. Wir kühlen ab. Da kommt hier ein Cut. Aber wie gesagt, falls du das voll brauchst, dann verdienen wir den Livestream. Oh, der geht runter. Also ich habe mir das hier gegönnt. Also wir sind noch Anfänger, was Schärfe angeht. Oh mein Gott, wenn du das trinkst, kautzt du, gell? Ja, ich will es ja auch nicht wirklich trinken. Es soll ja nur mein Mund so rumspülen damit. Weißt du, was ich meine? Damit die Schärfe. Also ich glaube, ich nehme mir... Also wie gesagt, wir haben keine Ahnung. Hoffentlich hilft das was. Du kennst dich ja schon mehr aus mit Schärfe. Aber ich darf doch... Ja. Ich darf doch davor ein Stück Milch trinken, oder? Du darfst machen, was du willst. Ja, schon. Okay. Ich trink dir dann einen Schluck Olivenöl. Olivenöl oder was? Warum Olivenöl? Ja, eigentlich müssen wir uns einfach betäuben lassen so. Beim Zahnarzt so. Ja, Mann. Aber dann klettest du wahrscheinlich hoch. Weil dann die ganze Ding beträuflich, Alter. Ja, der hat recht geschafft. Kass 38.4. Hast du ja eine... Eine Bedingung ist Stoppuhr nebenbei laufen lassen. Ja, okay. Aber wie gesagt, wir sind live. Also eigentlich... Kein Problem. Wir haben das abtropfen lassen. Wie gesagt, wenn irgendwas fehlt, äh... Wir haben den Livestream. Noch äh... Das hab ich mal probiert. Achso, das ist auch schon. Oh mein Gott, nicht, dass du jetzt umkippst, Tati. Oh mein Gott! Oh mein Gott, das war, glaube ich, ein Fehler. Ist nicht so schade. Achso, okay. Es geht. Jungs, es geht. Ich bin zuversichtlich. Jungs, ich bin zuversichtlich, Alter. Tati ist zuversichtlich, Leute. So, jetzt brauche ich schnell mal einen Teller. Jetzt, ich bin zuversichtlich, aber... ich bin zuversichtlich. Das ist auch ein Lied. Oh mein Gott, das ist tot. Ich bin zuversichtlich. Ich bin zuversichtlich. Ich bin zugekanntert und reineinander. Das ist relativ früh, das ist ein Schilder. Ich bin zuversichtlich. Ich bin zuversichtlich, das ist ein Schlagiert. Was ist ein Schilder. Ja, kogekanntert, - Mann. Ja, da? Das macht kurz aus. Jungs, ich freu mich! Was für lecker, Mann! Ich freu mich ernst, Mann. Was für lecker, Mann! Jetzt muss ich gleich das hier nochmal sauber machen. So, jetzt kommt dann das hier drauf. Das ist eine Scharfe, oder? Das andere ist nur für Geschmack. Aber das war auch ein bisschen scharf. Ja, aber es ist leicht. Es ist nur so Dings, weil diese Schärfe ist eklisch. Boah, ich rieche es von hier schon, Alter. Mein Raum dreht schon. Oh mein Gott. Also, ich bin immer noch sehr... Zuversichtlich? Ich weiß es nicht. Hoffnungsvoll? Ich rieche keine Schärfe, Alter. Das schmeckst du auch. Oh, der Sesam auch muss denn? Ja, der Sesam muss es auch tun. Alter, das ist echt geil, wenn Sesam auch dabei ist. Ich glaube, das andere war schon das Scharfe. Ich kann auch sagen, Mann. Boah, ich rieche es selbst schon mal. Okay, ich mache auch noch einen Test hier. Warte mal. Also, wenn, dann muss es das hier sein, oder das Scharfe hier, oder? Nein. Das ist es nicht. Das ist das Ding. Das war schon das Scharfe, die Soße. Ja, aber ich habe es gerade schon probiert, Mann. Es kommt, glaube ich, auf die Menge an, so. Nein, nein, gar nichts. Tati, das ist direkt geworden. Zwei Sekunden gebe ich, Tati. Ja, trotzdem muss ich das jetzt mal reinwirken, oder? Okay, fünf Sekunden. Eins, zwei, drei, fünf und dann ist es runter, Alter. Ey, es ist echt nicht viel. Ja doch, es ist schon viel. So. Stell mal die Kamera auf. Es ist schon viel. Auf die Nudeln, damit hier nichts gezinkt werden kann. So. Aber das sind jetzt meine. Die werden hier abgekühlt, die bleiben hier. Ist doch zu heiß, oder? Hey, ich fange noch nicht an. Er macht nur Schatten-Essen. Schatten-Boxen, Schatten-Essen. Oh mein Gott, die sind halt richtig so klebrig, oder? Mein Gott, deswegen. Das ist... Es ist machbar, oder? Ein paar haben noch das mit Butter so angebraten. Es ist machbar. Es geht jetzt nur noch... Es geht eigentlich echt um die Schärfe. Ich weiß nicht, ob das jetzt echt so scharf ist, gell? Ich habe jetzt gerade so ein bisschen was von der Soße probiert, aber ich fand es nicht scharf. Oh mein Gott. Aber vielleicht entfallen sie sich erst, wenn es heiß wird. Aber ich rieche auch nicht. Ja, geht's dir nur gut ein, Tati. Geht's dir ein. Klar, man muss sich mental darauf vorbereiten. Ja, ja. Geht's dir ein. Doch mal. Ja. Boah, das ist... Aber du musst sogar nicht counten. Du musst noch counten. Gibt's schon. Alter, wenn... Hast du mir jetzt alle gleichzeitig wieder immer einer versuchen? Einer versuchen, oder? Einer. Ja, einer muss ja stoppen dann ganz genau, Mann. Okay. Der John könnte sich stoppen. Wir können alle zu dritt. Aber eins und zwei ist besser. Ich hab meine Ohren nicht an. Was? Ich hab meine Ohren nicht an. Was? Ich hab meine Ohren nicht an. So. So. Ja. Jetzt beweisen. Ja, Mann. Leg sie mal hier hin. So. So. Ja, ich hau die auch noch weg jetzt hier, oder? Ein bisschen was essen noch, Freunde. So. So. Also ich kann die Kamera nicht durchlaufen lassen, bis das gekühlt ist und wir die anderen machen. Hier so. Acht Pausen, oder? Oder was heißt das? Danach, nach dem Cut, sieht das dann immer noch so aus. Wenn du uns nicht glaubst, wie gesagt, wir haben einen Livestream. Echt keine Bausten. So. Jungs, wenn die Bausten... Es hat sich nichts angeändert. Wir haben nur noch eine Packung für mich jetzt gemacht. Wow. Und dann geht's los. Warte, ich muss erst mal schnell essen, weil sonst wird es zu kalt. Kein Stress. Also du machst deinen Versuch jetzt. Ja. Jetzt geht's los. Ich muss aber schon auf Toilette, oder? Oder auch nicht. Fehlerlamm. Ich dachte, jetzt geht's los. Super. So, Freunde, ich schnaufe von Toilette und dann komme ich. Okay. Wir warten auf dich. Wir warten auf dich. Wir sind jetzt noch eine Portion. Okay, also es riecht nicht umwerfend. Schau. Es gibt ja manche Sachen, du riechst schon die Schärfe. Da tränen schon deine Augen und so, aber... Also ich kann ja probieren. Mir ist ja egal. Das Hund hat... Wieso hat er die oberen Teile nicht? Er hat es unter... Wird schon... Also es sticht auf der Zunge. Ein paar Tropfen bereits. Okay, man. Es brennt im Rachen. Von ein paar Tropfen. Was ist das? Ich glaube, das stimmt nicht. 15.000 Züge. Was für nicht scharf, man. Es hat immer noch so eine gewisse Süße. Sodass es halt immer noch lecker ist. Aber... Trotzdem brennt es schon im Rachen. Äh... Ja. Okay, Tattis. Ich habe alles für Rituals hier, oder? Ja, okay. Der Teller ist immer noch unberührt. Nichts geändert. Seit Stunden. Aber die Seite ist leer, oder? Okay, seit Minuten. Wir wollen nicht übertreiben. Okay, das ist ja echt... So. Das ist die gute Idee, oder? Warte. Haben wir kurz die Kamera auf. Warte, so. Wenn ihr auf den Teller seht. Teller unten und. Seht ihr alles, Leute? Schreibt kurz Feedback. Ob das so passt. Ich werde... Ich kaum... Ich werde direkt schlucken. Ich werde kaum, kaum. 1.000 Euro. Bisschen Cashreserve. Ja, mach Timer. Ich mach Timer. Ja, mach du Timer. Mach Timer, warte. Warte, warte, warte. Soll ich das mit auf Kamera dann nehmen? Timer und so? Ja, ich halte es neben mir. Warte. Ich bleib einfach nur so, gell. So. Ich mache nichts Großartiges. Am Ende komme ich nochmal zum Timer. Sonst muss ich hier nichts, oder? Ja. Die Null sind zu lang, Leute. Man sieht das doch. Oder ich halte es neben ihm. Ja, man sieht nur ein Leuchtendes. Ach so, okay. Ja, dann halte es dann am Anfang. Warte. Ich habe noch nicht auf den Start gedrückt, Mann. Ja, damit man sieht, es ist auf Null. Ich habe nicht mal Angst auf... Ja, wieso soll das nicht auf Null sein? Das ist ja eine Nachricht von uns. Ja, ja, vielleicht Betrug. Dies, das sagen die, was heißt. Ach so, bei Minus, oder was? Kann man Minus einstellen? Ja, das ist bestimmt alles möglich hier. Aha. Gib mir ein Go. Beim Go gehst du dann hier drauf. Ja, ja. Sag Go Tati. Alter, ich bin nervös, Mann. Aber nicht wegen der Schärfe, sondern einfach, weil ich es schaffen will, Mann. Und... Go! Das ist aber gut. Okay. Oh mein Gott, weiter. Er macht Weltrekord. Ich mach nicht, Mann. 20 Sekunden, Tati. Runterschlucken noch. Runterschlucken. Oh mein Gott. Hey! Oh mein Gott. Auch 38 Sekunden. Aber du hast leicht verzögert, ein bisschen spät. wenn du das auf Kamera noch ein bisschen zu spät gedrückt. Hey! Erster Versuch. Genauso viel wie der andere Typ. Kuss geht aus an dich, anderer Typ. Ui da. Weißt du, wie viel der andere hatte? 38,42. Echt jetzt? Ja. Aber ich glaube, ich war... Ich hab... Ich glaube, du bist echt... Also nicht eine Sekunde, aber schon von Verzögerungen. Es ist scharf. Ja. Aber der geht noch viel mehr. Ganz ehrlich. Wenn du zehnmal versuchst, safe einer kommt durch. Ich hab... Ich gewinn das. Ich gewinn... Ich gewinn... Ja, bis jetzt noch nicht. Ja, nein. Also, wir haben ja noch Zeit. Ja. Und jedes Mal, wenn jeder mal kommt, der schneller ist, geb ich nochmal Gas. Weil, ich hab gemerkt, wenn ich ein bisschen, ähm... Ich hatte eine Zeit lang viel, wenn ich jetzt ein bisschen weniger, also kontrollierter gegessen hätte, hätte ich locker geschlossen. Ja. Konstanter, ja. Ja. Da kann man sich nicht drehen. Aber von der Schärfe her... Also bei mir, von der Schärfe her geht's. Wirklich. Es ist scharf. Es ist echt scharf. Aber es geht. Es ist echt nichts. Weil andere holen schon da. Gläserte Augen und so. Echt jetzt? Also bei mir und so. Bei mir geht's echt nichts. Also ich merk's schon nicht. Aber das ist... Ja, so ein bisschen schärfer als Tabasco. Okay, Mann. Das ist schon... Das ist lecker. Nochmal... Also das war... Es war... Wie heißt das? Finish-Foto oder so? Das ist am Ende. Finish-Foto, ja. Also wenn ich das jetzt noch ein bisschen perfektioniere, so auch jetzt, wenn ich das öfters mache, könnte ich sogar... Könnte ich sogar um die... Um die 30 schaffen. 30, nicht 32. Krass, Mann. Doch 32 könnte ich schaffen, Mann. Ja. Ganz ehrlich, Mann. Wenn wir wieder ein bisschen... Wenn wir mal ein bisschen erfolgreicher sind, oder? Kann man bald schon eine neue... bisschen Prüfeneinrichtung kaufen, oder? Ja, ich sag ja ein bisschen auch, bisschen Tränken. Bisschen... Ein bisschen... Ein bisschen... Ein paar Pfannen, ein paar Döpfe, oder? Isst du? Ja. Und? Alter, ernsthaft. Echt? Aushaltbar, aber... Aber ernsthaft. Ist ja nicht mit... Ich glaube, du... Nee. Ich doch nicht. Ja, mach... Aber Baris macht die Challenge, oder? Ja, ich mach die Challenge, ja. Du hast ja... Du wolltest die Flachen abgelassen. Ja, ich bin die Flachen dabei. Du hast lange abgelassen, oder? Weil ich... Nicht, dass es sanft, oder? Nein, nein. Ich hab zu lange. Das ist ehrlich. Also, ich muss auf jeden Fall trinken. Also, ich... Ich kann heiße Ludeln definitiv nicht essen. Warte, falls dann... Evanio, das ist ehrlich. Wir haben jetzt nicht einen Cut von alles, das du zubereitet hast. Warte! Hier musst du mit Evanio gehen. Nee, jetzt kannst du mit Evanio gehen. Also, Evanio, das war jetzt nicht mit drauf, die Zubereitung, aber... Ich sag's vom Herzen ehrlich. Ja, ich hab mich nur auf den Kollegen konzentriert. Ja, ich wurde unterschätzt. Alles ehrlich. 100% Ganze Portion nicht beiseite. Alles ehrlich. Wie gesagt, Stream bleibt auch nebenbei. Jeder kann sehen, wir haben nichts gemacht. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay, man ist echt aufgeregt. Seht ihr alles? Du musst gleich drücken, wenn fertig ist, fertig. Ja, entspann dich mal. Okay. Ich werde dich nur auf den Mund kopieren. Du sagst es als Start. Warte. Warte. Man ist aufgeregt. Man ist echt aufgeregt. Ja, man ist echt aufgeregt. Du warst unerwartet. Ich höre mein Herz drauf. Oh mein Gott. Warte. Ja, ich muss... Soll ich dir ein Glas Milch machen eigentlich? Jetzt habe ich es. Jetzt habe ich die perfekte Funktion. Ey, jetzt. Soll ich dir ein Glas Milch machen? Zuschauer, sehen die... Nee, das sollte ich dir schon wegpacken. Zuschauer... Ja, das sehen die... Wenn ich Schluck aufkriege, ist es zu scharf. Dann ist es nicht gut. Ja, und das musst du unterdrücken, oder? Du sagst dann Start, oder? Auf die Plätze. Fertig. Los. Ich glaube... Warte. Warte. Komm, warte. Komm, mach weiter. Komm. Ich sag dir nicht die Zeit. Ich will dich nicht verunsichern. Was? 28 jetzt. Ja. Hast du... Kann ich schon. Soll ich zumachen? Ich hoffe... Ich hoffe... Also... Stop Incoming. Das war's. G-Log hatte recht. G-Log hatte die Zukunft vorher gesagt. G-Log hatte die Zukunft vorher gesagt. Aber trotzdem. Es ist... Netter Versuch. Komplett verklebt. Warte nochmal. Oh mein Gott. Ja, schau wie glücklich du bist. Du lachst. Ich lach auch über mich. Wenn ich dann sowas mache... Du bist ernst. Du hast ihn doch fertig gemacht, oder? Ja, du bist der Kutschnecher. Hauptcharakter. Ja, Hauptcharakter. Nebencharakter. Beim Essen. Beim Essen. Ja, ist so egal, man. So einfach ist das, oder? Er hat mich herausgefordert. Ja? Ich hab gewonnen. Ich hab dich nicht herausgefordert. Hast du schon? Mach mit. Äh, wie war das? Ich hab doch nicht gesagt, ich zerstörte dich. Äh, Jungs, wie war das? Glaubt ihr an mich? Ja, schon krass. Du hast es auch magisch erzählt. Komplett verklebt? Es ist gar nicht... Bei mir war es auch so. Ja, bei jedem so. Ja? Ist ja immer so. Ja, Respekt. Ich schaff das nicht. 38. Also ich glaube... Wenn man sie vielleicht einen Ticken... Ähm, früher ist da so wärmer. Dann sind sie nicht verklebt. Okay. Dann kann man es vielleicht besser runterhauen, ja? Aber dann sind sie wärmer. Und das müssen wir mal austesten. Also ich geb natürlich nicht auf, ja? Ich schau mir mal die Zeit an und dann geht's weiter. Also ich hab aufgegeben, wenn Tati will, kann er nochmal hier trainieren. Oh mein Gott, Alter. Aber für mich ist das echt nix.